Ja, hallo! Erstmal! Tag, wir sind's, Herr Wettkirbis Affentheater. Und wir sagen mal, 800 Jahre Atendorn haben wir gerade erfahren. Ja, da macht man ja kaum glauben, ne? 1222, ne? Ja, aber das ist wohl der Hammer, ne? Trainer, warst du da damals mit beiden? War eine schöne Zeit. Es war ruhiger als heute. Ja, ja, und Atterhöhle war glaube ich auch schon da, ne? Ja, da haben die 800 Jahre lang geschrubbt, doch, bis sich die Balken biegen. Leute, ich sag mal, weiterhin viel Spaß noch in Atendorn. Ja, schöne Stadt. Und ich sag mal, also, Top City, man sieht nicht, dass die erst 800 Jahre alt ist, ne? Also, teilweise hat man den Eindruck, die ist schon um Christus Geburt gegründet worden, ne? Also, historisch gesehen, ne? Also, toll, toll, toll für die weitere Zukunft. Als Gute auf weitere 800 Jahre. Genießt 800. Ja.